Und Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dungeon Siege 1, der Version 1.11.1. Und das letzte Mal waren wir ja hier bei der Handline und haben einige Sachen eingekauft. Dieses Mal müssen wir diese Hütten hier besuchen und bevor ich diese Hütten wirklich besuche, möchte ich noch das ganze Gebiet hier aufdecken, da dort in diesen Hütten Troller drin sind, diese kleinen Viecher, die angreifen und davon springen und in irgendwelche Gebiete sich zurückziehen. Wo noch weitere Monster oder Gegner auf uns warten, daher ist es besser hier etwas rundherum aufzuräumen. Als erstes kommt der Spielschwierigkeitsgrad schwäig, das ist okay. Okay, dann hat mein Hauptcharakter hier, hat jetzt die Chance oder hat die Chance, einen Furok zu beschwören. Der hält auch nur 120 Sekunden wie alle anderen. Und, aber er hat sehr viel mehr Lebenspunkte. Der Nachteil vom Furok ist, dass er relativ langsam ist. Trotzdem habe ich ihn mal beschwört. Mal schauen, wie er sich macht. Und hier zu Beginn des Spiels, ansonsten werde ich wieder den Skorpion beschwören und den Furok nur bei besonders harten Gegnern, die direkt, wenn wir direkt vor harten Gegnern stehen, auch beschwören. Also zum Beispiel bei einem Drachen oder sowas. Und, was gibt es noch? Ja, meine Charakter haben jetzt neue Hilfszauber auf sich. Und zwar sind das, man sieht diesen blauen Schimmer um den Kopf rum. Das ist der hier konzentrierter Geist, erhöht die Intelligenz eines Gruppenmitglieds um einen Punkt. Der Vorteil von diesem Zauber ist zusätzlich, dass sie, dass jeder Charakter mehr Lebenspunkte erhält und mehr Mana-Punkte. Das können alle unsere Magier natürlich brauchen. Beides bei der Fernkämpferin und bei den drei Nahkämpfern ist Mana natürlich nicht so wichtig. Aber trotzdem haben sie ja auch mehr Gesundheit erhalten. Also im Moment sind auf unseren vier Gruppenmitgliedern Magisch Rüstung gewirkt, Konzentrierter Geist, Zielsicherheit und Regenerierung. Die werde ich im Moment nicht mehr brauchen. So. Das kommt hier auf. Jawohl. Okay. So weit, so gut. Ich lasse hier aus extrem wirklich die Pause hier laufen. Ich halte das Spiel hier an. Das sind, ja, die Zeitverlänger jetzt so schnell. Kaum habe ich die Tiere hier beschworen, sind sie schon wieder weg. Deshalb diese Pausen auch immer. Und also, ich denke, ich werde mit Rusk, Rusk hier rüber gehen. Mal dieses Gebiet noch aufdecken und auch dieses Gebiet, ich glaube, ich mache zuerst hier. Dann gehe ich da rüber und dann werde ich den Steg, die Stege hier rundherum anschauen, was da los ist. Und ich hoffe, dass nicht schon wieder so ein Drachen auftaucht. Okay. Dann schalte ich das Mikro aus für die Aufnahme und bis später. Dann schalte ich das Mikro aus für die Aufnahme und bis später. Dann schalte ich das Mikro aus für die Aufnahme und bis später. Okay. Dann schalte ich das Mikro aus für die Aufnahme und bis später. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann gehe ich hier zu meinen Leuten zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020